Wir sind natürlich total empört jetzt über dieses Geschehen, was jetzt hier bei uns auf der Ostsee stattfinden soll, mit dem LNG Terminal. Wir sind damit überhaupt gar nicht einverstanden und wir wissen, was wir da für Beeinträchtigungen bekommen. Im Tourismusland, mit dem Vorpommern, sowas hinzustellen, ist eigentlich schon unmöglich. Und deswegen finden wir das wirklich eine Schande, dass sowas hier auf Rügen entstehen soll. Bis zum nächsten Mal.